in der Flucht also hat man nicht ich würde ja, ich warte leck mir die Fontanella da und ey, wie willst du das denn machen? das war genau so wie dort oben ja so warte siehst du hier ist gar nichts Krösus, ey was? geh hier hoch ach guck mal, wir sind am Anfang what the fuck oh, das ist ein Loch du musst mir rennen ich bin ich ich bin nicht mal bei dir, okay? wo bist du? ich bin oben mit am spawnen wieso das denn? weil es zu gut ging achso warte mal, jetzt springe ich, okay? ja, ich warte hier ich bin drüben ich bin drüben oh, beinahe nochmal runtergefallen, ey so, warte mal, wo geht's hier lang? keine Ahnung ne, da geh ich mal nicht runter warte, 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 warte ein Loch oh, ne da fahr' mal besser nicht rein warte, 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 warte ja, ja okay, jetzt kannst du überkommen boah, ne hör auf zu brennen komm, Kollege was? da rüber, oder was? ja, warte, ich springe oh, muss ich eigentlich mal als erster? ich kann auch als erster nein oh, scheiße so, los okay das war so sprung wie vorhin muss er ganz vorne an der Kante und dann springen hier vorne an die Kante und dann springen, oder? ja, ein Stück weit zurück ja du musst zu weit vorne wie möglich springen Mensch lauf, lauf, lauf geh kurz in game mode ne ja ja, geschafft ja, geschafft es hat uns eigentlich mal genau so macht das ein Könner das war nur Glück, ey so, warte und drüben da wollte ich in einem Durchschnitt halt mal Schiff gedrückt so warte, warte, warte Moment Moment Ja, wir schafften Das... Ah, Junge So Das ist doch nicht normal So was Halt die Schleertaste gedrückt Ich werd bekloppt Hey Boah, meine Hände, die sind so am schwitzen, ey Warum schaff ich das nicht? Warte mal Ich? Ah, warte, lass mich Aber da mach Uuuhu So, ich muss kurz Ey, jetzt hat der nicht gesprintet Ah, jetzt bin ich gesprungen Ah, jetzt bin ich gesprungen Dann bin ich noch mal Nobino 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 Ich bin wieder Leertaste gedrückt gehalten Mein Gott, ey Bin ich ein Nob, ey Warte, jetzt ich? Ja Scheiße, das war zu früh Warte mal Warte Warte Nein Doch Zweimal war ich da und zweimal die dumme Leertaste gedrückt gehalten, ey Ja So, Moment Ja Ja, ich warte Bist du drüben? Fast Ich bin jetzt an hier an Leitern Bei Leitern, oder? Moment So, ich geh grad Leitern hoch Ja So, jetzt kannst du es versuchen Nein, und da bin ich schon wieder in Lava Ach Jetzt geht's hier hoch, oder? Hm, da weiter Warte Ach, gut Leck mir die Fontanella, Junge, die nächste Map suche ich aus, Junge Okay Kannst du da drauf stehen bleiben? Ja Jetzt wird er rechts auf die Ja So, was ist da drüben? Okay, warte Ja, wie willst du das alleine schaffen? Kannst du mir das mal verraten? Keine Ahnung Auf welcher Sport hast du hier standen? Ja, ist egal eigentlich, oder? Nee, nee Es kann ja sein, dass auf der einen die schneller weggehen, auf der anderen langsamer So, Moment So, Moment Ich muss es zu erstrufen machen Nein, 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 nein Bijen Oh Pues ás Berg Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Okay. Wow. Okay. Nein, 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 komm, 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 leck mich doch. Warte. Zurück. Ja. War der eine Sprung der... Nein. So, ich brenne, Moment. Hey, komm, mal rausgucken. Aufmerksamkeit. So, fast weiter. Warte. Alter, war die Brenner. Halt, man schafft die Träger. Ja, habe ich. Alter. Boah, was ist das denn, Junge? Oh, ich probiere, um weiter zu springen, bewegt ihn jetzt mal nicht. Nein. Schüchte drückhalten. Ja, habe ich. Okay, dann lass mich mal. Ja. Boah, Junge, ich klopfe hier auf die Leertaste, Junge. Boah. Ich chintzo. Oh, sec. Boah, Juliana hat mich jetzt vollabgelenkt, ey. Hattest du dich hier bremst? Nein. Oh. Oh, Scheiße. Häy, ja, die hat gebrenzt. Warte. So, geh mal hier rüber hier rüber auf die einger. gegenüber ja genau zum Moment Katiliane Brems die dich ne nicht wirklich äh wo jetzt geradeaus auf den Dreier da auf den da glaub ich ich denke da unten oder da unten ja da unten drauf ja ne von dort sind doch gekommen stimmt da oben rechts ist Leck mir die Fontanella äh 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 Stinkefinger dazu voll die ich es ist er ja die ganze Zeit immer auf Schiff gedrückt halten Prozent ja okay nein er hat den Sprung ich noch mal ich setze da hochkommen ich denke man das ist machbar oder musste direkt da rechts irgendwie drauf ne das ist soweit ne der Sprung Scheiße Rückwärtshunger einflogen was mit X so du jetzt ist das nicht alles normal machen auf gar kein Fall auf gar kein Fail komm das schaffst du jetzt hoffentlich ich sterb bye bye ok dann probier es mal komm komm was gleich boah wie der Herr ach da unten sehe ich deinen Namen da unten war es nur kurz so warte jetzt mal einen Block weiter rückt schade so warte mal jetzt stelle ich da mal da auf die Ecke auf die hier ja so Moment so Moment warte Moment so jetzt springt du mal da drüben auf dem Block ja so so du springst immer jetzt ein zweiter ja Alter haben wir den äh da haben wir da drüben wir immer ein zweiter springt du jetzt ein gut weiter so Moment warte du musst da vorne auf den Dreier glaub ich da oben drauf ne ist schon klar genau warte ok warte so warte NEIN du bist genau unter mir ja du musst irgendwo anders hin ja bleib mal so ich probier das mal nein nein so so geht mal an euch nach außen den Ecklern genau nein ich war fast drauf scheiße so boah da springt der Guru nicht du krüppelst Bob Junge Moment Jo Warum brenne ich? Warum brenne ich? Hä? Ich geh in den Game-Mod Junge das ist mir zu kriminell hier warte mal